Guten Morgen Leute, wir machen uns gleich auf zur Equitana und ja, ich freue mich schon total. Wir nehmen jetzt, also wir nehmen noch ein paar Leute mit, die Frauke, die Lena, die Kim und so weiter. Und ja, ich mache mich gerade noch fertig oder wir machen uns gerade noch fertig und dann geht's los. Ich melde mich, wenn wir in Essen sind. So, wir sind jetzt in Essen angekommen und wir sind gerade in der ersten Halle und hier gibt's eigentlich nur so Hänger. Aber an sich ist ganz cool und wir werden jetzt mal ein bisschen shoppen. Das war's. 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 ich euch ermöglichen kann und bis dahin sage ich erst mal bis zum nächsten Video.